Die ganze Bibliotheke hier zu räumen Was nicht unbedingt nötig gewesen wäre Das ist das Schöne dabei Ah, ich, ich, boah Ne, ihr glaubt gar nicht, was ich Der hasst, dass ich hier gerade Hier so aufstaut, ne Das ist, äh, das ist Wahnsinn Ist echt Wahnsinn So, hier war der Terminal Also wir sind schon richtig Aber ich dachte, ich hätte das Zeug dabei Eigentlich Die Unabhängigkeitserklärung Wo mag die denn jetzt sein Also sie, äh, macht hier auch Keine Anstalten, dass was wäre Das heißt, wahrscheinlich Ist es jetzt völlig falsch gescriptet Wahrscheinlich Ähm, Sydney Komm mit, wir fliegen Wir fliegen Wir gehen jetzt, ich, mein Plan ist jetzt Folgendermaßen Ich gehe jetzt dahin Wo der Aufzug ist Wo es ja eigentlich will, dass wir hingehen Da ja alles schon leer ist Äh, ist es kein Problem Also leer ist Alles schon getötet wurde Von einem Helden, ne Dessen Name Man nicht aussprechen sollte Weil er einfach, ne, ja Ähm Terminal Für was Coupon erforderlich Okay Ich habe keinen Coupon Deshalb schließen wir den Den PC So, also Wir nehmen die Da sind wir alles mit Wir nehmen jetzt die Dame mit Auf eine Reise Und zwar kenne ich mich ja mittlerweile Hier ziemlich gut aus Weil, ja Weil ich halt das eine oder andere Mal hier schon war So ein, zwei Mal Weil ich hier so ein, zwei Mal gestorben bin Ja, komm, hör auf zu labern Und komm mit Das ist ja lange Bitte, bitte Jaja Sprachausgabe, Mädchen Schon mal von Sprachausgabe gehört So Jetzt springen wir da runter, Mädel Komm Wo bist denn du? Kommst du auch? Und zwar gehen wir da Hier rein dann Mädel Ja, da kommt sie auch Sehr schön Und wir müssen da links Und dann hier Und dann da rein Und jetzt sollten wir zum Aufzug auf Da ist der Aufzug, ja Was? Das hätten wir uns alles ersparen können Ja, Mädchen Ist es jetzt der Aufzug oder nicht? Sag mal Willst du mich verscheißern oder was? Hier Das ist ja unglaublich Aufgabe Unsere Aufgabe ist Nein Die Unabhängigkeitserklärung aus dem Nationalarchiv holen Ja Aber ich hab doch diese Unabhängigkeitserklärung Irgendwo Nein Sonstiges Putzmittel Altmetall Aschenbecher Ich hab die doch gesehen Muss ich mir jetzt echt Mein letztes Video anschauen Damit ich Rausfinde Wo ich die Unabhängigkeitserklärung gesehen habe Die Unabhängigkeitserklärung wurde im Tresorraum des Archivs aufbewahrt Am Ende Es gibt viele Abkürzungen über Wartungseingänge und Servicetore Um die Sicherheitssysteme zu umgehen Allerdings muss man da erstmal durchkommen Ja Ich kam überall durch Mädchen Überall Aber nicht durch Ähm Cheaten Nein Ich hab mir den Scheiß hier erkämpft So richtig Weißt du Mit Blut und Schweiß Und wie früher Ne Dem Plan nach befindet sich der Geschützturm Generator irgendwo in diesem Raum Wenn sie ihn deaktiviert haben Dürften wir ein leichteres Spiel haben Ja Jaja Das ist äh Geschützturm Generator Aber der braucht äh Reparatur Mindestens 60 Das kann ich nicht Ne Hm Weißt du Wie willst du solche Sachen machen Wie soll denn das gehen Mädchen Bitte Ne So Komm mal mit Jetzt gehen wir einfach nochmal Die ganze Scheiße hier durch Ich kann diese Bibliotheke echt nicht mehr sehen Wirklich nicht Da vorne sollte die Tür zum Tresorraum sein Dahinter bewahren sie die Erklärung Ja da waren wir vorher drin Mädchen Da waren wir vorher drin Hä Da hast du nichts Nichts gesagt Hier Zieh mal da Und jetzt Und jetzt Jetzt macht sie wieder nichts mehr Da ist sie doch Oder Begekehrserklärung Jetzt kann ich sie plötzlich mitnehmen Was ist los Ja wir haben sie Wie soll es weitergehen Sehen wir zu dass wir hier rauskommen Und dann holen wir uns die Kohle und lassen uns volllaufen Irgendwo hier im Obergeschoss sollte es einen Aufzug geben Aber Mädchen Ich muss doch Ich muss doch wissen River City Wir Was muss ich denn hier Ich Boah Ich muss doch hier Ich bin hierher gekommen Weil ich eine Aufgaben lösen wollte Und zwar Wollte ich Ähm Die Geschichte von River City erfahren Und wie erfahre ich die Keine Ahnung wie ich die erfahre Ich versuche es nochmal River City Und Ort anzeigen Beim Geschichtsmuseum Musik im Nationalarchiv Ja das ist natürlich eine tolle Wurst Eine tolle Wurst Da hätten wir da noch gar nicht rein müssen Hm Mist Ja Das liebe Freunde War nicht das Geschichtsmuseum Ne Hat wahrscheinlich jeder schon gewusst von euch Aber Ja Lasst mich ruhig ins Messer laufen So Die Frage ist jetzt Hat sie ein Stimpack Das ist die Frage Ja Das Zeug Nuka Cola Ja Nuka Cola So Und jetzt Äh Nach Hause Ab Nach Hause Telefonieren Kann man da noch was mitnehmen Da gibt es noch Munition Immer mit Ah Noch was zum Zu knacken Nein Das war zu viel des Guten Nein Jawohl Zellen und Stealthboy Oh Splittergranaten 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 Sehr geil Impulsgranaten Jawohl Aber weißt du Jetzt werden wir Jetzt werden wir Zugeschissen Mit Munition Und Verbände Und all dem Scheiß Ne Seht ihr das an Wir kriegen Wir kriegen alles Wir kriegen alles Was wir wollen Aber vorher Die letzten Stunden Bin ich fast Bin ich fast durchgedreht Und jetzt kommen die mit dem Scheiß Hier Glaub ich nicht Ist ja Wahnsinn Schützenbandage Ja kann ich jetzt die Heilen Richtig heilen Sind sie verletzt Ist nur ein Kratzer Ich bin Hier nehmen sie In dieser Stimpax Sie sollen helfen Danke Ich werde gleich etwas davon nehmen Ja nimm was Und jetzt Bist du wieder fit Wie ein Turnschuh Ne Sehr schön Sydney Unsere kleine Also du bist kein Moira Ersatz Ganz klar Du bist einfach kein Du bist kein Moira Ersatz Aber wie kommen wir jetzt da raus Wie kommen wir jetzt da raus Das war doch vorhin Wir waren doch beim Archiv Kamen direkt raus Das war hier glaube ich Ne war nicht hier Ne Kiste Ne Lackierpistole braucht kein Mensch Hat es da noch was drin Nein Lehrer spinnt Das lässt uns auch nichts So Da sind wir Können wir raus Ja Aber können wir raus So Mädchen Sydney Kommst du mit Was Oh Na die wäre so eine gute Hilfe gewesen Gibt's denn sowas Du Weißt du Wir hätten das alles so easy gemacht Da hinten wir geschossen Komm mal mit Komm mal mit Wir sind überladen Ich muss sowieso was Ähm Reinhauen Stimpack So Dann nur Cola trinken Aber mal so Just for fun So geht's uns schon ein bisschen besser Gegenstände Waffen Wir können mal die Jagdflinte ein bisschen reparieren Ne können wir nicht Wir haben aber Jagdflinten Das ist ja unglaublich So viel Was können wir sonst noch Wir haben noch Zehngewicht So viel Ja da die Perücke Behalten wir noch Spaziergänger Outfit Entschuldigung Braucht kein Mensch Weg mit So Jetzt haben wir da hinten Hat's noch ein So ein Dingens Super Mutant Da sollte irgendwo noch einer liegen Da war einer zwei Wo ist denn der zweite Wo ist die Leiche des zweiten Ist das ein Stimpack Dingens Lunchbox Nehmen wir mit Kann ich verarbeiten Wahrscheinlich So Also die ganze Geschichte Sieht jetzt völlig anders aus Und der Herr hier oben Der wünscht sich jetzt auch gleich Er wäre nie hierher gekommen Den hauen wir jetzt da runter Wo bist du? Sidney ist dabei Sidney ist dabei Dabei ist Sidney Wir haben dich gefunden So Fixen Flank Hat er sich auf mich konzentriert Ich habe ihn quasi getankt Oh da ist noch mehr Ja Ey das wäre so easy gewesen mit der Aber echt jetzt Wieso finden wir so eine nicht? Vorher Wow Wow Habe ich jetzt wieder Die Taschen voll oder was? Sind unsere Taschen wieder Ja unsere Taschen sind wahrscheinlich wieder voll Und wie Wie die voll sind Übervoll Ja das geht ganz gut Geld halt Weißt du was wir machen? Weißt du was wir machen Mädchen? Wir gehen jetzt mal zurück in die Stadt Wir gehen mal ein bisschen verkaufen Ich zeig dir meine Hütte Was da passiert Schauen wir dann Ich zeig dir mal meine Hütte Und wir kommen dann zurück Ne? Wo sind wir denn eigentlich jetzt hier? Hier Karte so ne Die Promenade Ja Aber das ist nicht River City Oder? Oder doch Oder nein Oder ja Oder nein Oder hä? Wir müssen dann nach River City am Ende Und ich muss auch ins Geschichtsmuseum Aber jetzt erst mal Oh das erfasst kein Life mehr Jetzt gehen wir erst mal zurück Komm wir porten uns Ich hoffe du bist dann Du kommst mit mir Ich versuch's einfach mal Die sind überlastet Ja gut Da kann ich nicht porten Wenn ich überlastet bin Super 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 geil Jagdflinte Ich lass mal ein bisschen Jagdflinten hier Noch mehr Jagdflinte So Nein Hat noch vier So Also Dann gehen wir nach Megaton Ich hoffe Sidney kommt mit mir Äh Hier Megaton Los Und Sidney ist dabei Schön Sidney ist die ganze Zeit dabei Was jetzt das heißt Solange ich die Quest ich abgebe Wird die wahrscheinlich immer mit mir kommen Hier Äh Wäre toll Schön Sie gesund und wohlbehalten Wieder zu sein Ja danke Alfred Also komm Sidney Ich zeig dir mein Bett Komm Sidney Äh 24 Stunden Wie kann ich ihnen dienen Momentan gar nicht mein Lieber Äh Wir gehen da raus Und wir gehen mal Sachen verkaufen Ist Sidney auch vollgeladen jetzt Die ist voll Nein Sidney Wieso Was ist los Ja was ist los Ich hab doch gesagt Nimm dir was Komm du bist immer noch verletzt Sind sie verletzt Ja Ja komm hier nehmen sie Danke Ich werde gleich etwas davon nehmen Ja du musst noch mehr nehmen Was ist los Ja Sidney Oh Sidney Ist nur ein Kratzer Ich Nein Hier nehmen sie Danke Ich werde gleich etwas davon nehmen Ja Sidney Was ist los Ja was ist los Immer noch Immer noch verletzt Sidney Ist nur ein Kratzer Ja Tut mir leid Ich hab keine Medizin mehr Danke Ich werde versuchen Ja okay Los geht's Rivet City Rivet City Echt Wir gehen nach Rivet City Ich dachte wir gehen nie nach Rivet City Und wir waren Es nervt mich einfach immer noch Es nervt mich immer noch Dass wir hier so viel Zeit vergeudet haben Ähm Ja es war einfach nicht nötig Es war einfach nicht nötig Ich mein Wenn wir die von Anfang an getroffen hätten Dann Dann Wäre das alles Diese ganze Ach dieser Stress Freunde Dieser Stress wäre nicht nötig gewesen Ne Ja Aber jetzt so Muss es halt auch gehen Oder es ging ja Sag mal so Aber da haben wir Zeit Ja die Dame ist nicht da Moira Dann gehen wir erstmal unten ein bisschen verkaufen Wir brauchen ja sonst eigentlich nicht viel Wir wollen ja nur ein bisschen Platz machen Ja hier Jenny Hey was kann ich für sie tun? Jenny du kannst mir ein paar Sachen abnehmen Ja die Speisekarte einmal Hey Ja dankeschön 133 Kronkorken Dass du dich noch aus dem Haus traust Hier weg Hocktama weg Impulsmine lasse ich Äh Flinte Behalten wir Flinte Granate Trennmesser Sturmgewehr Sturmgewehr 2 Brauchen wir beide nicht hier Ja so viel hat die gar nicht Das ist schon zu viel 66 Akzeptieren Fertig Jetzt versuchen wir mal zu reparieren Viel Spaß Ja danke Selber auch Weg da Viel Erfolg Ja danke Selber auch So Äh Nicht so Nein so tut man das nicht So So tut man das nämlich Und jetzt versuchen wir hier das Zeug zu reparieren Jagdflinte Ne geht nicht Äh Sonst Sachen Äh Da hat man noch ein Das Sturmgewehr Kann man das reparieren? Kann man auch nicht Also kann man Sturmgewehre und Jagdflinte verkaufen Wenn sich Moira dann mal Da Dafür entscheidet Aufzustehen Vielleicht Äh Tut sie das auch mal Sydney Du vom Lifehair Wie sieht's aus? Ähm Geht so ne? Geht so Könntest du ja auch ein bisschen mehr Mühe geben So Hier oben Penner Stell mal auf Leo Hallo Löchen Ich will nicht große Reden Ich will die Speisekarte sehen So was hast du 67 Kronen Korken Das heißt ich gebe dir einfach was Ähm Was habe ich denn noch? Die Perücke Die gehen wir ja noch ins Haus legen nachher Fleisch Wasser Nein Das ist die Hilfesache Behalte dich natürlich Putzmittel Hier weg Altmetall behalte ich Aschenbecher weg Aschenbecher weg Aschenbecher weg Briefbeschwerer weg Clipboard weg 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 H-Klappe behalte ich Hammer Weg Kamera Weg Kernspaltungsbatterien Na mal weg Nuka Cola Lunchbox Pümpel Schraubenschlüssel Sensormodul Na jetzt hat sie kein Geld mehr Okay dann nehmen wir Dann nehmen wir Ja das ist 67 von 67 Ne Das sind wir zurück So Akzeptieren Und wir kommen langsam wieder zu Kommen sie jederzeit wieder Ja 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 weg da Weg da Wir kommen langsam wieder zu Gold Gut Äh das ist die Händlershow hier So Aber wisst ihr was Es ist mir so egal Es ist mir so egal Wenn wir jetzt hier einfach ein bisschen rum Tümpeln Ich bin einfach nur froh Haben wir es jetzt geschafft Aus dieser Diesem Tresor Dingens Rauszukommen Und haben dabei noch eine Quest erledigt Die ich eigentlich gar nicht erledigen wollte Aber hey Sagen wir ja nicht nein So Jetzt hier will ich den Ding noch reinhauen Ja Die Perücke Brauche ich nämlich auch nicht So Dann gehen wir zu den Waffen Habe ich da irgendeine Waffe Die ich nicht brauche momentan Abgesicht die Schrotflinte Hat noch Munition Impulsgranaten Behalten wir Jagdflinte können wir verkaufen Laser Laserpistolen Nagelbrett Das verkaufen wir auch Raketen wir Vater brauchen wir Raketen Dann wieder mal Ja den Rest Verkaufen wir Oder behalten wir Das ist so schon richtig So Hast du noch ein bisschen Wasser Ein Witz Komm Ja ein Witz bitte Zuerst was zu trinken Ist untröstlich Aber einen Witz hast du für uns Oder Ich war mal In einem Krematorium Das Preisnachlässe Für Brandopfer Anbot Okay Falls sie mehr wissen Ja also gut War schon auch schon Bessere Warst auch schon besser drauf So Wir haben noch Da gehen wir halt noch Zwei Stunden schlafen Dann ist Moira da Dann können wir dem Moira Ja Die Händlershow Wie gesagt Aber Sidney ist dabei Hauptsache Sidney ist dabei Das ist das Wichtigste Jetzt gibt es dann Langsam so ein Zoff Weil Sidney und Moira Die werden sich sicher nicht mögen Weil die stehen sicherlich Beide auf mich Und dann Ja Gibt es dann halt hier Problemchen Wir sehen gleich Wie die reagieren Und dann muss ich auch mal Pennen gehen Und dann morgen Ja morgen Gehen wir dann Nach Revit City Wenn ich es denn finde Moira Schnuffi Nein noch nicht Noch nicht ganz Aber Es ist eher so Gehen wir Ich bin auf dem Weg Nach Revit City Ist schon okay Ich möchte einfach nur Ähm Dass du mir eine Ausrüstung reparierst Ja Die Lederrüstung mal Reparieren So Das muss reichen Fertig Da haben wir noch 16 Korken Ist nicht viel Schauen Und ich verkaufe die Oh die hat so viel Korken Das ist ja unglaublich Also wir verkaufen Dir jetzt mal ein bisschen was Jagdflinte Und zwar das schlechtere So Weg mit Kampfflinte ist ganz gut Granate Lasergewehr Laserpistole Nagelbrett Weg damit Dann Raketenwerf Behalten wir Sturmgewehre Zweimal Weg damit Wenn wir wieder zurückgehen Zum anderen Punkt Das mache ich dann Wahrscheinlich in der Aufnahmepause Kurz Ich gehe mir die ganzen Gewehre Wieder einsammeln Die wir dort gelassen haben Und verkaufe ich dann hier Wir müssen echt ein bisschen Zu Geld kommen So was haben wir denn sonst Nach was wir loswerden können Kleidung Nein Hilfe brauchen wir alles Hier das Putzmittel Das Altmetall gehe ich gleich verscherbeln Stangen Zigaretten Ha Sieh an Das gibt gut Stützbandage Ja Weg mit Tasse Verdienst Clipboard Ja Ja alles gut Unten Kleber Zweimal Sehr schön 300 Nehmen wir gerne an Gute Jagd Ja danke Die auch Weiter So Dann hier einmal raus Wir gehen noch dem alten Herrn Dieses Altmetall Verscherbeln Hier oben Das war hier beim Wasser Und dann Freunde Mach ich Schluss für heute Beziehungsweise für euch Moment Ich hab da was für dich Und zwar Interessantes Altmetall Ja Ja und zwar Nehmen sie einfach Meinen sie das im Ernst Oh nein Da brat mir doch einer Danke Scheiße Ich kann ihnen gar nicht sagen Was das für Megaton bedeutet Oh scheiße Ich wollte das nicht schenken Nein Ich wollte das verkaufen Was bin ich denn für ein Händler So Wie Oh fuck Ist egal Also Haben wir noch was Was Gutes getan Für die Stadt So Also gut Äh Wie gesagt Ich werde jetzt Einfach mal Ganz kurz Hier ohne Ohne euch Ja Macht was ohne euch Geh ich die Waffen wieder einsammeln Geh die wieder verkaufen hier Und wir treffen uns morgen Genau hier An diesem Treffpunkt Nein Warte Moment Wir treffen uns draußen Natürlich Hier Genau hier treffen wir uns morgen Und dann geht's ab nach Rivet City Und wir Machen Endlich Weiter Ja Bis dann Danke fürs Zuschauen Und bis morgen In Rivet City Ciao